So, was schauen wir uns jetzt an? Ich hätte hier noch... Oh ja, spielen wir ein bisschen Super Meat Boy. Weil ich noch nicht gestresst genug bin. Anspielung auf den ersten Batman-Film von Tim Burton. Was denn? Was war denn einer? Den habe ich gar nicht mehr, weiß ich nicht. Der Anhalter in den Tod. Ja, genau, das stimmt. Der arme Anhalter. Wir haben sowohl den ehemaligen Angestellten, der sich eigentlich zur Ruhe setzen wollte, als auch den Anhalter mit in den Tod genommen. Sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Der Mond-Tango. Ah. Ja. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Das sagt doch der Joker an einer Stelle zu Batman. Oder zu Batman. Ich glaube schon. Oder? Doch, doch. Ich glaube schon. Ich habe es vor Augen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine echte Erinnerung ist oder nicht. Super Meat Boy ist schon ziemlich cool. Super Meat Boy hat schon echt irgendwie große Wellen geschlagen damals. Das war eins der ersten ganz großen Indie-Spieler. Als diese Indie-Welle losging, bevor Indie quasi fast schon ein eigenes etabliertes, naja, Genre, Sub-Genre ist Blödsinn. Aber wie soll man sagen, ein eigener Bestandteil der Videospiel-Landschaft wurde. Hat Super Meat Boy da irgendwie schon große Wellen geschlagen und gezeigt, wie so ein moderner Plattformer heutzutage funktionieren kann. Wenn man es richtig macht. Ich habe da schon relativ weit gespielt, aber ich gehe mal ein bisschen zurück in die ersten paar Level, um wieder ein bisschen reinzukommen. Bevor Indie hip wurde, genau. Super Meat Boy war schon cool, bevor Indie cool war. Hey, Fallen Crusader, danke fürs Abo verschenken. Ich glaube, die ersten Level können wir jetzt eigentlich sparen, oder? Wisst ihr was? Ich mache das erste Level. Ah, ich habe auch schon andere Charaktere freigeschaltet. Ein erst, Gish. Gish war auch ein ziemlich cooles Spiel. Das ist noch älter als Super Meat Boy. Gish war wirklich eins der ersten Indie-Spiele, die ich so gespielt habe. Das ist so dämlich, weil das kann man so überhaupt nicht sagen. Aber Gish war ein sehr cooles, schönes, physikalisches Plattformerspiel. Falls ihr das nicht kennt, hat man da eben Gish gespielt, diesen Teerbatzen. Und man konnte sich sowohl klebrig, als auch hart, als auch weich machen. Und so musste man sich quasi durch die Level durchgischen. Ähm, das ist eigentlich alles. Aber das war cool. Für Super Meat Boy ist ja auch schon Super Meat Boy. Auch nicht schlecht. Für Super Meat Boy ist ja auch schon seit ungefähr 100 Jahren der zweite Teil in der Entwicklung. Die Entwickler machen schon selber Scherze drüber, dass es wahrscheinlich niemandem mehr kommen wird. Doch, doch. Das kommt angeblich dieses Jahr. Mal schauen. Oh nein, shit. Was habe ich getan? Okay, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig erst wieder. Aber das Spiel hat eben den Flow. Es ist schnell. Es ist, es ist cool. Wenn man stirbt, geht es sofort wieder los. Keine Wartezeiten. Das ist cool. Und das war damals nicht selbstverständlich. Das war was sehr Neues sogar. Und es gibt Warp-Sounds. Und dann spielt man Super Meat Boy im Retro-Format. Und dann spielt man Super Meat Boy im Retro-Format. Und wenn man die Scherze von Super Meat Boy im Retro-Format geht, ist der evaporatet. Und der ist voll der Cheetah. Mit dem ist es dann super leicht. Oh Gott! Das war nicht so gut! Das hat nicht so gut funktioniert! Ach komm schon! Blödes Bonuslevel! Ich will Plaster sammeln. Hier, in Level 4 gibt es noch ein verstecktes Plaster. Ich nehme jetzt mal Gish. Mal schauen, wie sich Gish spielt hier in dem Spiel. Ah ja, genau. Der kann an der Decke kleben und so. Kann der auch Wände hoch? Ne, das geht nicht. Ah, aber ich kann mich auch festhalten an der Wand. Ja, der ist schon ein sehr anderer Charakter als Super Meat Boy. Moment mal! Wo gibt es denn hier bitte das Plaster? Level wiederholen auf X. Sagt mir Bescheid, wenn ihr irgendwo ein sammelbares Plaster seht. Oder... Bedeutet das Plaster auf der Weltkarte, dass ich hier das Plaster schon gefunden habe? Oder dass ich es noch nicht gefunden habe? Das ist die Frage. Aber... Das würde dann bedeuten, dass ich das in vielen Level noch nicht gefunden habe. Vorausgesetzt, es gibt überhaupt Plaster in diesem Level. Äh... Kopf explodiert. Verbände 7 von 20. Dann gibt es wirklich in jedem Level Plaster. Wo ist denn dann bitte in Level 1 das Plaster? Zum Beispiel. Wobei im Bonuslevel gibt es auch Plaster. Dammit. Das Spiel ist so kompliziert. Okay, ich bin gestorben. Also, hier gibt es kein Plaster. Ich weiß nicht mehr, wie die Plasterregeln sind in dem Spiel. Leider. Achso, wartet mal kurz. Es gibt ja immer auch noch zu jeder Welt... Die dunkle Welt. Die böse Version. Die Hardcore-Version. Die dann super schwer ist. Die versuchen wir mal. Das wird bestimmt lustig. Oh Gott. Na wunderbar. Dammit. Ah, Mist. Komm schon. Das geht bestimmt auf einmal. Da müssen wir nur den richtigen Flow finden. Ja. Sehr gut. So. Nächste Tricky-Passage. Ah, ist das gemein. So. Ah. Come on. Ah. Come on. Ah. Ist das gemein. Ah. Ah. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ach komm schon. Das gibt's doch nicht. Come on. So. Okay. Ah, man was du hieß. Das ist ja heute. Ja! Das ist ein schönes Spiel. Ja! Hi Ramzi! Er hat auch gleich den passenden Emoji dafür. Ganz genau. Ich mach das Level jetzt aber nochmal. Weil ich hätte echt gern das Pflaster. Damit wir neue Charaktere freischalten. Auch wenn das natürlich... Superschwer ist. Und super gemein platziert. Wie fast alle Pflaster. Aber wenn man die coolen Charaktere freischalten will, muss man das schon machen. Ohohoho! Meine Güte! Das ist aber schon ein bisschen hart mit dem Pflaster. Ich weiß gar nicht genau wie ich da hinkommen soll. Also wie ich dann wieder zurückkomme. Vor allem. Das ist schon ein bisschen krass. Ja! Nein! Doch ja! Okay! Oh! Puh! Und jetzt hier noch durchkommen. Ohne zu sterben. Oh Gott! Nein! Ohohohohoho! Dammit! Oh shit! Okay! Oh nein! Was hab ich gemacht ey! Ich kann nicht mehr! Ich hasse Level, wo ich nicht gleich loslegen kann. Wo ich vom Zyklus her kurz warten muss. Hasse ich! Dammit! Oh shit! Dafür wird das Replay schön. Nein! Shit! Ich habs nicht geschafft. Das war blödes Timing. Ich weiß nicht, wohin. Ich wusste nicht. Das wäre nicht gut gegangen. Okay. Der Sprung, wenn ich in der Kammer drin bin. Der ist mies. Yes. Gott sei Dank. Wir haben ein Bandage. Nächster Level. Nice. Oh nein, ich habe die Replay weggedrückt vor lauter Tatendrang. Die hätte ich jetzt gern gesehen, aber wir kriegen noch genug Replays. Ah, Mist. Dammit. Tja. Voll gemein. Ich konnte da nicht mehr raus aus der Situation. Das ist echt mies da oben. Shit. Dammit. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ist der Schluss mies hier. Oh, ist das mies. Und da ist ein Pflaster hinter ihr versteckt auch noch. Oh, ist das mies. Ah, ist das mies. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Ja. 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 Okay. Shit. Nee. Das ist furchtbar. Wenn ich den Sprung in der zweiten Ebene nicht perfekt hinkriege, den da, dann verpasse ich den perfekten Zyklus hier oben. Genau. Ah, der Sprung muss so... Das ist so hardcore. Die spinnen ja alle miteinander. Das gibt's ja nicht. Mist. Ah. Da bin ich echt froh bei dem Spiel, dass ich den Pro-Controller hab. Mit den Standard-Switch-Toy-Cons. Da ist mir das Steuerkreuz leider... Also, ich weiß nicht. Ich kann damit nicht umgehen einfach. Die sind mir zu klein irgendwie, glaube ich. Ich weiß nicht. Ah, das ist gut. Okay. Ich hab was rausgefunden. Mist. Jetzt hab ich hier oben den Zyklus verpasst. The Circle of Life. Überall Blut. Oder Mett. Mist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da durchkommen soll, wenn ich nicht den Schwung von unten mitnehme. Das ist super schwer. Oh, die Replay wird so super. Allein deswegen muss ich das Level jetzt unbedingt schaffen. Und dann hoffentlich nicht wieder versehentlich wegdrücken vor lauter Übereifer. So. Das gibt's doch nicht. Wie? Wie soll ich denn das mit Meat Boy hier schaffen? Mit Gisch wär das leichter irgendwie. Aber, tja. Jetzt hab ich schon Meat Boy hier genommen. Das ist doch ziemlich cool, dass ich das jetzt alles überspringen kann. Aber dann passt irgendwie mein... Okay, warte. Ich steh hier. Ah, okay. Ganz leicht. Gut. Ich bin nicht über sie drüber gekommen. Ich wollte zum Pflaster, aber gut. Da sind sie. Die Masse an Meat Boys. Da war es nur noch einer. Weiter. Ich hätte jetzt einen Puls von Overtree dann. Ich glaub, ich auch, ja. Wer bin denn ich? Achso, ich bin der da. Ich glaub, ich weiß nicht, ob ich da heute noch die Geduld hätte, aber Super Meat Boy hab ich damals tatsächlich durchgespielt. Fast. Fast auf 100%. Nicht ganz. Ich hab nicht alle Pflaster gesammelt. Ein paar Pflaster waren mir dann doch zu krass. Aber beinahe 100%. Na super. Oh, da kommen auch noch... Hey, das ist ja echt mies hier. Ach, die ist ja bescheuert. Ja, das ist schon echt cool. Ach, shit. Unglaublich. Vielleicht könnte man hier ein bisschen tricksen. Ne, nicht wirklich. Ja, aber das funktioniert ganz gut. Okay, aber... Okay, aber... Ah, shit. Jetzt will ich das Pflaster. Ah, damn it. Komm schon. Okay. Wie komm ich jetzt hier wieder raus? Aus der Situation. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Sehr schön. Warum tut man sich das an? Weil es Spaß macht. Es ist... Es macht einfach der Adrenalin-Flash, wenn man es geschafft hat. Das ist wie bei Dark Souls. Wie die Bosskämpfe in Dark Souls. Und so sind die Level in Super Meat Boy. 24 Stunden Stream. Yeah. Voll, oder? Wir haben es geschafft. Anfang nächsten Monat. Ich glaube, am 10. Glaube ich. erscheint nämlich Deadly Premonition 2. Und da werden wir dann gleich starten damit. Den 24 Stunden Stream. Das wird bestimmt nicht das einzige Spiel sein. Aber ein neues Spiel, das mich für einige Stunden an der Stange halten kann, habe ich gelernt. Ist immer eine sehr gute Idee. Bei diesen 24 Stunden Streams. Und ich wollte ja sowieso Deadly Premonition 2 streamen. Also warum nicht gleich einen ordentlichen Batzen von dem Spiel auf einmal? Puh, das ist steilisch. Aber meine Güte. Oh yeah! A+. Das glaube ich aber auch, dass das A+. Das war.